Hallo, hier sind die Hausies Tanja, Thorsten und Zer Enterich. Hallo, hier sind die Hausies Tanja und Thorsten und Ritter Enterich. Genau. Ja, und wir haben heute für euch mal wieder ein Spiel, zwei Meinungen, und zwar haben wir heute das Spiel Volt von Heidebeer Games. Genau, ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab 30 Minuten Laufzeit circa und ab zehn Jahren. Ja, und das wollen wir heute mit euch einmal anspielen, weil es ist nicht so schwer von den Regeln her. Ist wieder ein leichtes Spiel und da können wir einfach mal zusammen reinschauen, wie das funktioniert. Und hinterher kommt natürlich wieder unser Fazit zum Spiel. Sollen wir loslegen? Genau. Holt euch Popcorn, holt euch kühle Getränke, nehmt Platz auf dem Bänk um die Arena. Genau. Und los geht's. Als erstes müssen wir sie erst mal aufmachen und aufbauen. Aber viel ist das nicht. Wir haben das ja schon mal vorbereitet, wir haben das ja schon mal gespielt. Das sind die Spielanleitungen. Genau. Erstmal haben wir hier die Sichtschirme für jeden Spieler, der nachher mitspielt als Pilot eines solches, eines Kampfroboters. Genau. Hier werden wir gleich drauf zu eingehen. Das sind die Kontrollmodule, womit wir nachher anhand von Würfeln die Roboter programmieren. Und hier haben wir schon eigentlich unsere Arena, die wir jetzt noch kurz aufbauen. Genau. Die haben wir ja schon vorbereitet. Die sind natürlich, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, muss man die erstmal auseinander nehmen, auseinander drücken und dann zusammensetzen. Das werden später die Ringpfosten. Genau. Die brauchen wir einmal. So, haben wir da die Sachen nicht eingetütet? Da fahren wir die keine Tüten. Ach so. Was wir jetzt hier alles rausholen, erklären wir euch dann gleich, nachdem wir einmal die Arena aufgebaut haben. Genau. Das Aufbauen zeigen wir euch aber noch. Also, was mir halt dann hier schon mal sehr gut gefällt ist tatsächlich, wir haben eben halt zwei Bodenpläne beidseits bedruckt, die jeweils eine andere Arena darstellen, wo später das Spiel auch immer etwas schwieriger wird. Wenn wir uns dann für einen Spielplan für eine Arena entschieden haben, wir nehmen jetzt in dem Beispiel die für das Übungsgelände, das Training, stecken wir die einfach auf die Karton und dann haben wir hier unsere Eckpfosten. Aha, das sieht einfach so hoch oben. Am besten einmal kurz leicht anheben. Okay. Und dann einmal nach unten durchschieben. Der macht dann gleich den Ringrichter, ne? Ja, genau. So in der Art. So. Was mir zum Beispiel jetzt hier auch wieder gut gefällt, ist tatsächlich, dass wir direkt aus dem Karton heraus eigentlich spielen können, weil unser Spielbrett ist fertig, die Arena. Und mir gefallen zum Beispiel tatsächlich, wenn man auf die kleinen Details achtet, hier auch die Werbung an der Ecke, genau wie bei einem Boxring auch. Genau. Seht ihr das? Zeigen wir euch einmal rundherum. Aber ihr seht das gleich auch beim Spielen, wenn wir unsere Position einnehmen. Genau. Also, jetzt ist die Gelegenheit gekommen für euch, wenn ihr Elektrizität mögt, wenn ihr heißes Maschinenöl riechen wollt und auch Kreissägen hören wollt und wie sich wilde Roboter aufeinander losgehen, dann bleibt dran. Genau. Ach, bevor wir es vergessen, vielleicht sollten wir nochmal die Spielfiguren zeigen. Wir haben nämlich verschiedene Spielfiguren. Also, ich werde schon wieder, ich weiß schon, welche Figur ich nehme. Es gibt ja verschiedene vom Design. Und meine Lieblingsfigur war jetzt, ist jetzt immer diese hier. Mit der Kreissäge und ja, was ist das? Maschinengewehr. Ja. Laserwaffe. Laserwaffe. Laserwaffe, irgendwas zum Schießen. Die Figuren, was ich jetzt noch so ein bisschen nackig finde, also wir müssen die mal bei Zeiten irgendwann, glaube ich, mal anmalen, dass die so ein bisschen Farbe bekommen. Also, das ist so etwas, was wir auf jeden Fall noch nachholen müssen. Ja, das können wir noch machen, wenn wir Zeit finden. Genau, wenn wir Zeit finden, können wir das mal machen. Aber, ja, ich werde diese Figur wieder nehmen. Was nimmst du? Ja, ich nehme natürlich hier unseren Hund. Wenn wir schon die Tifi dabei haben, nehme ich die Tifi. Ach, das ist Tifi. Gut. Dann machen wir das so. So, und da sind wir in der Arena. Wir haben das Spiel für zwei Spieler aufgestellt. Ich spiele den Roboter, der heißt der Hund. Ich spiele den Schnitter. Genau. Beide Spieler haben jetzt erstmal grundsätzlich den gleichen Aufbau vor sich. Man sollte im Idealfall sich gegenüber setzen. Wir haben einmal hier unten ein Spielertableau, durchnummeriert von links nach rechts 1, 2, 3. Da werden nachher mit den Würfeln die Bewegungen programmiert. Dann haben wir hier oben drüber eine Konsole, wo links der Stern, das Feld, die Ablage ist für die Siegpunkte. Rechts haben wir hier so ein Energieballfeld. Da kommen dann die Schadensinvorte drauf. Das sind die Marken, die Tanja gerade euch in die Kamera hält. Und das ist der Siegpunkt. Genau. Oben drüber haben wir noch den Roboter, jeweilig der Spieler, der den steuert. Wir sehen hier unten immer zwei Farben, einmal blau, einmal rot, entsprechend der Farbe der Würfel, die wir nachher einsetzen werden. Und dann gibt es auch noch einen schönen farblich gestalteten Sichtschirm, passend zu jeder Spielerfarbe. Den stellt man dann, wenn man die Würfel programmiert, einmal auf. Das ganze Spiel ist in drei Phasen aufgebaut. Wir haben einmal die Vorbereitungsphase, das Programmieren, wo man die Würfel einsetzt. Dann geht man im Rahmen der zweiten Phase aktivieren, die Felder der Programmierungsreihe durch. Und danach, in der dritten Phase, werden dann die Felder aktiviert. Tanja und ich haben uns entschlossen, euch erstmal ein Trainingsspiel zu zeigen. Das heißt, hier auf dem Schlachtfeld in der Arena sind die Fallgruben und die Reparaturstation erstmal ausgeschaltet. Die gibt es jetzt hier nicht. Wir wollen euch erstmal nur kurz zeigen, anhand des Trainingsspiels normales mit drei Siegpunkten, wie das Programmieren der Roboter geht, dadurch auch die Bewegung und wie man an Siegpunkte kommt. Ist der gegnerische Roboter zerstört, weil ich ihn besiegt habe durch Laserbeschuss oder weil ich ihn später vielleicht im richtigen Spiel die Grube geworfen habe, gibt es einen Siegpunkt. Wenn ich selber in die Grube falle, gibt es keinen Siegpunkt für den Gegenspieler. Oder man sammelt später die Siegpunkte ein, die dann hier auf den nummerierten Feldern auftauchen. Und da genau geht es jetzt auch schon beim Vorbereiten los. Wir legen jetzt einen Siegpunkt auf einem der Felder. Dazu nimmt Tanja jetzt einen der Marker, deckt den einmal auf. Das ist die drei. Das heißt, da taucht jetzt der Siegpunkt auf. Ein Roboter, der da hinläuft und dann da am Ende der Runde stehen bleibt, kann den Siegpunkt einsammeln. Danach kommen wir dann auch schon im Rahmen der Vorbereitungsphase, dass man jetzt die Roboter auf seine Startseite beliebig aufstellen darf. Wir haben jetzt hier so kleine Pfeile drauf. Das heißt, man darf sich überlegen, wo stelle ich denn jetzt den Roboter auf, um in die Schlacht zu ziehen. Dann haben wir jetzt hier die Vorbereitungsphase beendet. Jetzt kommen wir zum Programmieren. Dazu stellen wir jetzt die Sichtschirme auf, dass die Spieler, die Kontrahenten, seine eigene Programmierung nicht sehen können, des Mitspielers. Und jetzt darf ich die Würfel programmieren. Wichtig dabei ist, die niedrigere Zahl ist gleich vor der höheren Zahl dran und blau immer vor rot. Es wird gleich eindeutiger, wenn man das gleich sieht. Fertig? In dem Moment darf Tanja, weil sie jetzt vor mir die Programmierung fertig hat, sich hier von den Arena Pfosten eine Marke nehmen, die bei einem eventuellen Gleichstand andeutet, dass ich zuerst darf, dass Tanja zuerst dran ist. So, ich bin jetzt gerade auch fertig geworden und dann nehme ich mir das übergebliebene Plättchen. Hätten wir einen dritten, vierten Spieler, dürften die noch weiter programmieren. Der erste Spieler, der gerufen hat, fertig und sich die Marke nimmt, darf auch seine Würfel nicht mehr verändern, während die anderen vielleicht noch überlegen. Auch ich darf jetzt nicht so einen Würfel machen, weil ich jetzt auch schon eine Marke genommen habe. Dann Schritt eins, das Programmieren. Wenn alle Spieler programmiert haben, nehmen wir den Sichtschirm weg und dann gehen wir jetzt Block für Block durch und gucken mal, was passiert. Im ersten Feld habe ich eine rote Eins. Ich habe eine rote Drei. Das bedeutet, die rote Eins ist vor der roten Drei dran. Rot haben wir noch nicht erklärt. Seht ihr hier auf der Karte von mir als Beispiel. Exemplarisch für alle anderen Roboter, die mitkämpfen können. Der rote Würfel ist immer für das Feuern. Der blaue Würfel immer für das Bewegen. Die Ziffern geben auch an beim Bewegen, wie weit ich mich bewegen möchte. Das Feuern hat jetzt hier im Rahmen der Training nur die Auswirkung bei einer Eins, dass ich schießen kann. Und die Entfernung ist beliebig, bis ich auf eine Wand oder auf ein Hindernis stoße. In dem Fall zum Beispiel ein Roboter. Die Ziffern zwei bis sechs werden später in dem richtigen Spiel mit Waffen, die wir euch noch erklären werden, auch eine Bewandtnis haben. In dem Fall ist wie gesagt meine rote Eins vor Tanja dran. Ich gucke also, hier habe ich jetzt auf dem Tableau gerade ausgeschossen aus Sicht meines Roboters. Der Schuss geht also hier entlang und trifft Tanjas Roboter. Sie bekommt einen Schadensmarker. Und hätte sie jetzt drei davon, wäre der Roboter zerstört und ich bekomme einen Siegpunkt. Jetzt ist Tanja dran mit ihrer roten 3. Auch ich bekomme in dem Fall zum Beispiel einen Treffer und nehme eine Marke und lege den auch vor mich ab. Damit haben wir den ersten Block abgerechnet. Jetzt kommt der zweite Block. Hier habe ich in dem Fall auch eine rote Eins. Ich habe eine blaue Eins. Ich darf zuerst gehen. Genau. Sie entscheidet sich dazu also auszuweichen, geht einen Schritt nach links. Und ich schieße jetzt damit mit meiner roten Eins einmal hier ins Leere, beziehungsweise treffe hier auf die Wand, die hier auf dem Arena Ring eingezeichnet ist. Das nächste wäre die blaue 3. Genau, das 3er Kontrollfeld. Tanja hat eine blaue 3. Ich eine blaue 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir dann, wenn alle Spieler ihre Programmwürfel durchgegangen sind, die zweite Phase das Aktivieren. Auch durchgeführt. Die dritte Phase ist das Auslösen der Felder. Das heißt, wir schauen uns an, stehen wir auf irgendwelche Felder, die etwas bewirken. Ich stehe auf einem leeren Feld, da passiert nichts. Ich bekomme den Siegpunkt. Genau. In diesem Fall hat Tanja den Siegpunkt bekommen und unser kleines Mini-Trainingsspiel ist jetzt beendet. Normalerweise würde man im Trainingsspiel bis zu drei Punkte spielen. Wenn man das jetzt weitermachen würde, dann würden wir wieder bei der Phase 0 Vorbereitung anfangen. Das heißt, der Siegpunkt wird neu platziert. In dem Fall auch wieder auf der 3. Wir müssten unsere Marken, die wir hier haben, die Initiative Marken einmal wieder abgeben an den Ringpfosten. Mögliche zerstörte Roboter kämen am Rand wieder von den Programmierern ins Spiel. Und dann würden wir mit der Phase 1 den Programmieren wieder beginnen, indem wir die Würfel neu anordnen und vorher den Sichtschirm aufstellen. Jetzt sind wir aus unserem Trainingsspiel raus und erklären euch jetzt das vollwertige Spiel. Das heißt, hier auf diesem Arenafeld sind jetzt die Felder auch aktiv. Das heißt, wir haben einmal die Fallgruben. Wenn da ein Roboter am Ende seines Zuges reinläuft oder reingestoßen wird, weil ein Mitspieler den anderen Roboter des Gegenspielers da rein stößt, wird dieser zerstört. Dann haben wir hier noch Reparaturfelder. Wenn man am Ende der Runde da drauf stehen bleibt, dann darf man entweder seinen Roboter komplett vom Schaden reparieren lassen oder man darf eine Ausrüstungskarte ziehen. Zu den Karten komme ich nämlich jetzt. Es gibt drei verschiedene Stapel mit drei Farben mit Ausrüstungskarten. Der rote macht Schaden, wie die Würfel. Blau für die Bewegung, genau auch wieder Würfel. Und die gelben Karten, das sind sogenannte Taktikkarten. Ich zeige euch mal so ein paar Beispiele in die Kamera. Zum Beispiel haben wir hier einen Schwenkkopf. Dieser Schwenkkopf, seht ihr jetzt, hat die roten Zahlen auch eine Bedeutung auf dem Würfel, die größer als 1 sind. Wenn ich jetzt einen Schuss abgeben möchte und lege den roten Würfel mit einer 3 bis 6 nach oben, dann bin ich vielleicht nicht der Erste, der schießen darf. Aber der Schwenkkopf hat die Bedeutung, dass ich dann den roten Würfel um ein bis zwei Tasten auf dem Programmierfeld im Uhrzeiger oder gegen den Uhrzeigersinn drehen darf. Das heißt also, wenn ich eine Reihe wäre zu schießen, 1, 2, 1, 2. Das heißt, ich kann nachjustieren und hätte dann sogar eine mögliche bessere Trefferchance. Bei den blauen Karten, das ist die Bewegung, da kann ich mich zum Beispiel ausrüsten mit einem sogenannten Teleskoparm, den hat Tanja bei den Probespielen schon häufig gehabt. In der Phase 3, wenn man die Felder aktiviert, wir haben gerade gesagt, beim Trainingsspiel, man aktiviert das Feld, wo man draufsteht. Der Teleskoparm erlaubt mir sogar stattdessen ein Feld zu aktivieren, was um mich herum in dem 3x3 Felder Raster liegt. Und genau so beginnen wir jetzt auch das neue Spiel. Wir nehmen jetzt jeder von uns für unseren Roboter zwei Karten von den Ausrüstungsstapeln. Es müssen immer zwei unterschiedliche sein, also einmal rot, einmal gelb, einmal blau, einmal rot oder eine beliebige Kombination von zwei verschiedenen Karten. Tanja entscheidet sich für Schaden und Bewegung. Ich nehme Bewegung und eine Taktikkarte. Wenn wir jetzt die Karten einmal umdrehen, dann seht ihr jetzt hier vorne bei uns auf dem Roboterfeld, wir haben hier so verschiedene Linien, dass wir die genau so anlegen müssen, dass die zusammen ein farbliches Muster ergeben und die passen auch genau hier in unsere Konsole rein. So dass also die blaue Linie der Karte sich mit der blauen Linie des Roboters verbindet und auch bei mir im Rahmen der Taktikkarte die gelbe Linie der Karte mit der gelben Linie des Roboters. Das gleiche hat Tanja auf ihrer Seite gemacht, sie hat die Karten aneinander angelegt. Ich habe Kraftstrahl und Rückstoß als Aktionskarten. Laut Spielregeln muss man sich gegenseitig die Karten auch vorlesen und erklären, was die Karten bedeuten. Und ich habe einmal die Bremsen, das ist die blaue Karte, bei einer 1 bis 6. Im Rahmen meiner Bewegung darf ich mich dann entscheiden, mich ein oder zwei Felder weniger weit zu bewegen, als der Würfel anzeigt. Dann habe ich noch den Anker. Falls mein Robot gestoßen wird, wird er ein oder zwei Felder weniger weit gestoßen. Passt ja zu deinen Mechanismen da. So und jetzt beginnen wir genau wieder wie gerade beim Trainingsspiel mit der Phase Vorbereiten. Das heißt, wir platzieren einen Siegpunktmarker auf dem Schlachtfeld in der Arena. Mal wieder die drei. Jetzt platzieren die Mitspieler ihre Roboter einmal auf dem Schlachtfeld. Dann kommen wir zur Phase Programmieren, das heißt wir stellen die Sichtschirm auf, nehmen uns die Würfel und programmieren jetzt unseren Roboter. Fertig. Tanja ist zuerst fällig, sie nimmt sich also die erste Marke. Ich bin auch gerade fertig geworden, nehme die zweite Marke. Im Übrigen, was wir gerade nicht erklärt haben im Eifer des Gefäßes, wenn ihr euch gleich mal hier genauer diesen Controller anschaut, die Bewegung darf immer nur horizontal und waagerecht geschehen. Die Schüsse dürfen auch diagonal geschehen. Nur bewegen darf ich mich nicht diagonal. Wenn dann die Programmierung alle durch sind, kommen wir in die Phase 2 aktivieren wieder. Wir nehmen die Sichtschirme ab und schauen mal, wer zuerst dran ist. In Phase 1 habe ich eine blaue 5. Ich habe eine blaue 1, ich darf zuerst. Genau. Ich bewege mich dann jetzt fünf Felder weit. Anhand der Bremse dürfte ich jetzt auch ein oder zwei Felder weniger weit laufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nachdem wir jetzt die erste Phase dann abgespielt haben auf dem Control Panel, kommen wir zur Phase 2. Ich habe eine rote 1. Eine rote 3. Das heißt, rote 1 geht wieder vor der roten 3. Ich schieße jetzt im Rahmen meines Control Panels in diese Richtung. Geht natürlich ins Leere. Ich schieße auch noch. Ja, ins Leere. Dann habe ich als nächstes eine blaue 1 in der Phase 3. Ich habe eine blaue 3. Das heißt, ich bin wieder zuerst dran. Stehe damit auf diesem Feld. Eins, zwei, und ich stoße die Stunden weg. Ja, wie viele Felder? Ich habe aber noch den Rückstoß. Stoß nach dem Wegen, genachbarte Robots und Minien ein Feld weit weg. Das ist ja dann normal, ne? Bei einer zwei bis vier Stoße nach dem Bewegen benachbarte Roboter. Das heißt also, unabhängig davon, dass du mich jetzt sowieso anrempelst, wärst du jetzt hier hingekommen, ohne mich anzurempeln. Und ich stehe neben dir. Hättest du mich anrempeln dürfen. Darf ich dich jetzt nochmal anstoßen? Ja. Ja, darfst du. Das heißt, ich stoße dich nochmal an. Ja, jetzt hast du nur ein Problem. Ich habe den Anker. Falls mein Roboter gestoßen wird, wird er ein oder zwei Felder weniger weit gestoßen. Das heißt, ich bleibe tatsächlich da stehen. Der Anker verhindert nämlich die Stöße der gegnerischen Robots. Fest verankert im Boden. Ja. Das ist das Ärgerliche. Manchmal man kann nie vorhersehen, was passiert. Das heißt, du bekommst jetzt bei der Auswertung den Siegpunkt. Genau. Wir kommen in die Phase 3, das Auslösen der Felder. Ich bleibe jetzt dank dem Anker Gott sei Dank da auf dem Feld stehen. Bekomme den Siegpunkt. Wir kommen dann wieder in die Phase 0 der Vorbereitung. Das heißt, wir nehmen erstmal die Würfel wieder vom Kontrollpanel. Geben die Initiative-Marken einmal ab. Und wir decken einen neuen Siegpunktmarker auf. Mal gucken, wo er auftaucht. Wieder auf der 3. Dann kommen wir wieder zur Phase Programmierung. Wir dürfen wieder unsere Sichtschirme nehmen und programmieren die Würfel. Ich bin fertig. Ich darf mir den Initiative-Marker nehmen. Dann, wenn alle Spieler das geschafft haben, nehmen die Sichtschirme ab. Ich habe eine blaue 1 in der Phase 1. Ich habe die blaue 5. Das heißt, ich bin zuerst dran. Du läufst deine 5 Felder. Hoppala. Ich habe mich vertan. Wer anderen in eine Grube fällt. Ich hätte auch nur 4 nehmen sollen. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber du läufst jetzt leider stur strecks in eine Fallgrube. Ja. So kann es passieren. Vielleicht dachte Tanja, dass ich stehen bleibe und sie mich dann wegdrängt oder ähnliches. Oder dass du mich vorschubst oder so. Ja. Oder sowas. Nur leider jetzt tatsächlich ist es Folgendes passiert. Dass Tanja, wir sehen es hier auf der Marke, ist angedeutet in der Arena eine Fallgrube. Tanja selbst sich zerstört, weil sie in die Fallgrube gelaufen ist. Das heißt, ihr Roboter wird aus dem Arenafeld erstmal entfernt für den Rest dieser Runde. Deswegen fallen bei ihr die Phasen 2 und 3 aus sofort raus. Aber der Suche ist jetzt auch kein Siegpunkt. Genau. Ich bekomme keinen Siegpunkt, weil ich dich selber ja nicht zerstört habe. Du bist ja selber in die Grube gelaufen. Ich darf jetzt aber noch meine zweite und dritte Phase ergänzen. Ich laufe dann noch ein Feld, blaue 1, Phase 2 einmal hier runter. Die dritte Phase mit der roten 1 schießen muss ich ausführen. Geht der Schuss also hier an die Wand. Dann kommen wir in die Phase 3 auslösen der Felder. Ich habe jetzt hier ein Reparaturfeld unter mir. Ich darf mich also jetzt entscheiden, entweder A, wenn ich Schaden hätte, diesen komplett zu reparieren. Oder B, ich darf mir jetzt hier eine Karte vom Stapel eines bliebenen Ausrüstungskartendecks nachziehen. Mir schon mal gerne angucken. Und dann, ohne dem Mitspieler die Karte zu zeigen, erstmal verdeckt hier vorne an die Seite zu legen, in mein Inventar. Sollte ich später zerstört werden, darf ich diese Karte gegen einen der beiden bereits ausliegenden Karten austauschen und muss dann den Spieler erklären, was ich habe. Phase 3 auslösen der Felder ist auch durch. Wir kommen wieder zur Phase 0 vorbereiten. Das heißt, wir decken einen neuen Siegpunktmarker auf. Der, der hier im Spiel ist, bleibt bestehen, bis maximal drei Siegpunkte da stehen. Hier haben wir jetzt dann in dem Fall einen Siegpunkt auf dem Feld Nummer 6. Dann müssen alle Mitspieler ihre Initiative-Marke abgeben, die Würfel einsammeln. Und Tanja, die jetzt sich gerade leider selbst zerstört hat, darf jetzt ihren Roboter neu platzieren. Ich bleibe da stehen, wo ich bin. Ich würde zum Beispiel jetzt hier hinstellen und dann würde das Spiel so weitergehen, wie wir es gespielt haben. Ganz genau. Ja, das war jetzt unser kleines Testspiel, was wir natürlich nur so angespielt haben und da war natürlich kein Ernst hinter. Nein. Jetzt hätte ich diesen Einzug ja gar nicht gemacht, muss man doch ehrlich sagen. Ich habe auch schon mal anders gespielt, glaube ich, doch. Je nach Tagesfassung. Und wollen wir mal schauen, was wir jetzt zu dem Spiel sagen. Das Design. Also am Anfang, als ich das erste Mal von dem Spiel gehört habe, musste ich sagen, habe ich mir gedacht, ja, ist nicht so wirklich mein Thema, weil ich bin ja eigentlich nicht so wie diesen Science Fiction und Roboter, ja, das ist nicht so wirklich mein Thema. Aber ich muss sagen, jetzt beim Spielen macht es doch dann doch Spaß. Also auch, wenn man vielleicht ein bisschen voreingenommen ist und manchmal bin ich das, vielleicht bei manchen Spielen schon, dann muss ich sagen, doch wurde ich positiv überrascht von dem Spiel, auch wenn ich jetzt hier und da ein paar komische Züge gemacht habe, auch in den letzten Tagen, als wir das mal gespielt haben. Da habe ich wirklich komische Züge gemacht, muss ich sagen. Da war es ja auch schon relativ spät. Es war spät, genau. Gute Ausrede. Ja, das, was wollen wir denn zu dem Spiel sagen? Fangen du mal an. Ja, was soll ich sagen? Also mal ganz ehrlich, du hast es schon gerade angesprochen. Im Prinzip ist Volt für mich tatsächlich das, was ich schon irgendwie gerne gemocht habe. Man kennt ja zum Beispiel so bestimmte Filme aus dem amerikanischen TV oder die Serie, wo man irgendwie mit dem Vater und dem Sohn irgendwelche kleinen Roboter, Fernstatt Roboter gebaut hat, die man dann gegenseitig in Arena schickt. Und das ist quasi die Brettspielversion dazu für mich eigentlich. Ich habe damals diese Serie auf Tele 5 oder DSF, wo das lief, echt gerne geguckt. Robot Boss hieß das? Darf man das sagen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war das halt für mich eine echt tolle Serie, weil ich immer das witzig fand, wie dann diese verschiedenen Roboter aussahen und wie die funktioniert haben, wenn man sich gegenseitig dann kaputt gemacht hat mit den Dingern. Okay. Ohne dass es da für Menschen zu schaden kam. Und das ist jetzt hier halt umgesetzt worden. Mir gefällt das Design. Ich finde die kleinen Details einfach nett. Ob das wie gesagt, schon am Anfang gesagt, diese Bandenwerbung an der Seite ist. Ob das diese Sockel hier sind oder eben halt tatsächlich auch, dass jeder Sichtschirm hier hinten drin farblich irgendwelche Schemata dargestellt hat und ähnliche Sachen. Das mag ich echt. Ich mag diese kleinen Feinheiten an dem Spiel. Ich finde den Mechanismus mit dem Würfelprogrammieren einfach witzig. Wir haben es jetzt gerade euch nur mit zwei Robotern gezeigt. Richtig chaotisch wird es bestimmt mit drei oder vier Roboter, weil man dann noch weniger Platz hat auf dem Spielfeld und in der Arena. Und da muss man noch mehr aufpassen, wer spießt. Weil man dann da definitiv sich auch nicht unbedingt immer ausweichen kann. Irgendeiner rempelt immer irgendeinen an. Da noch der kleine Tipp, seid doch nur zu zweit am Spielen. Es gibt hier noch so einen kleinen Kartenstapel. Der ist überschaubar. Da gibt es noch eine kleine optionale Regel, die wir euch noch gar nicht angesprochen haben. Die anderen Roboter, die nicht von einem Menschen gesteuert werden, die könnt ihr mit diesen Kartenmechanismus auf dem Spielfeld bewegen lassen. Die sind natürlich dann auch, das ist sehr schön gemacht, nicht so schlau wie eine menschliche Intelligenz, die dann versucht den Gegenüber einzuschätzen und zu planen. Die wissen ja nicht, was wir gemacht haben. Genau. Die laufen wirklich nach dem Schema F ab. Dass die bis zu einer Wand laufen und dann wieder umdrehen oder ähnliche Sachen. Aber sie stellen tatsächlich doch ein Hindernis da und können einen auch selber in die Grube schubsen oder von einem Siegpunktfeld wegdrängen und ähnliche Dinge. Und die können sogar auch mit bestimmten Mechanismen auch sogar schießen und ähnliche Sachen. Das macht es dann schon ganz witzig. Ja, ansonsten das Material ist hochwertig, finde ich nach wie vor. Die Pappen sind sehr dick. Man sieht sie hier an den Markern. Ich mag grundsätzlich Modelle, die man, wie Tanja schon sagt, auch vermalen kann. Die Modelle selber, vielleicht können wir die auch nachher nochmal ein bisschen fotografieren, ein bisschen näher ranholen für euch. Die sind ziemlich detailliert. Auch genau da immer passend zu den Figuren, wie man auf dem Karton sieht. Oder auf der jeweiligen Sichtschirm tatsächlich auch. Das ist passend aufeinander abgestimmt. Jetzt, also was zum Beispiel, es ist ja ab zehn Jahre, ist das ja laut Hersteller, ab zehn Jahre. Also ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass man das auch schon mit acht oder neun Jahren spielen kann. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht mit diesen Jugendschutz-Sachen aus, weil das ja doch ein Kriegsspiel ist. Naja, grundsätzlich geht ja halt kein Mensch zu schaden. Es ist ja ein Zukunftssport, wenn man es so nennen möchte. Genau, also ich kann mir auch schon vorstellen, also mit acht, neun Jahren kann man das sich bestimmt auch schon antun. Ansonsten, ich habe es vorhin schon einmal kurz gesagt gehabt, die Spielbretter als solches, die finde ich in dem Moment auch interessant. Wir haben es euch gerade gezeigt, das Spielfeld hier, die Arena ist sehr einfach gestaltet, mit ein paar Fallgruben, ein paar Reparaturspots. Die anderen Platten, die haben dann noch irgendwelche Feuerfelder, da kriege ich Schaden, wenn ich drauflaufe. Wir haben Barrierefelder, wo ich gar nicht durchlaufen darf, die aber zum Beispiel auch Schüsse abfangen können und ähnliche Dinge. Das macht es also nochmal ein bisschen trickreicher, weil ich dann tatsächlich nicht überall... Guck mal, ob ich das so abbauen kann, ohne dass ich alles abreiße. So, jetzt haben wir es denn hier zum Beispiel gerade mal. Da haben wir Energiefelder, wenn ich auf solchen Feldern lande, kriege ich einen Schadenspunkt. Hier darf ich gar nicht durchlaufen, hier werden irgendwelche Schüsse abgewehrt und ähnliche Dinge. Ich habe weniger Reparaturfelder auf dem Boden, das Ganze wird enger. Und nicht nur enger dann in der Form, dass ich weniger mich bewegen kann, ich kann weniger ausweichen. Andere Roboter schubsen mich irgendwo hin. Und das ist vielleicht auch noch das Chaotische, nicht Vorhersehbare, wenn man mit drei oder vier Leuten spielt. Ich kann versuchen, mein Gegenüber vielleicht einzuschätzen, planen vielleicht deswegen meine Aktion. Aber dann in dem Moment geht der einfach nur einen Schritt zur Seite und meine ganze Programmierung, die ich mich darauf habe einfallen lassen, die ist für die Katze. Kann aber auch schon bei der Basissession passieren. Ja, aber ich muss echt gestehen, alleine dieser unberechenbare Nechonismus macht das Spiel für mich echt leicht zu verstehen. Es ist ein relativ leichtes Regelwerk, finde ich persönlich. Ja, also ist auch Anfänger geeignet, finde ich schon. Durchaus Anfänger geeignet und auch ein Spiel, wo man vielleicht echt mal mit einer lustigen Runde mal mit vier Leuten den Abend beginnen kann oder alternativ vielleicht auch mal ausklingen kann mit einem chaotischen Abend, weil man auch, selbst wenn man noch so müde ist, vielleicht gar nicht mal Lust hat, groß irgendwie mal den anderen einzuschätzen. Man plant sein Ding und guckt, wo man dann am Ende mit landet. Ja, mir macht Spaß. Wir hatten auch schon mal eine Runde, da habe ich die Würfel irgendwie ganz im Kopf habe ich irgendwas anderes gedacht. Ich habe die irgendwie gesetzt, die Würfel und irgendwie haben mir die ganzen Würfel überhaupt nichts gebracht. Keine Ahnung, ich habe mich, glaube ich, in der Zeile vertan oder wie auch immer oder wie vorhin im Probespiel, dass ich auf einmal mich da verzählt habe um ein Feld. Ja, du bist einmal vor die Wand gelaufen. Ja, aber das habe ich auch schon mal gehabt, aber jetzt nicht heute. Nein, also... Kann auch schon passieren, bin ich vor der Wand, bin ich vor der Wand gelaufen. Hm, das müssen wir nochmal ausdiskutieren. Da stand der Roboter am Ende vor der Wand und ja... Kann passieren, also... Aber ansonsten, also wie gesagt, mir gefällt das Spiel, ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen und wir werden uns auch nochmal ein bisschen intensiver uns damit beschäftigen, vielleicht auch mal in einer anderen Spielrunde. Ja, also ich möchte gerne mal auf jeden Fall mit einer vierer Runde das einfach mal echt mal spielen. Genau, mit einer vierer Runde haben wir es noch nicht gespielt. Und ja, das war unser kleiner Einblick in dieses schöne Brettspiel. Und wir sagen bis zum nächsten Mal, die Hausis Tanja und Thorsten und natürlich euer Ritter Enterich. Genau, der hat zugeschaut. Der war Ringrichter. Der war Ringrichter. Der war Ringrichter. Der hat die Augen zugegangen, dass es die Kugel gefallen ist. Ich habe es gesehen. Será? Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ob緣. Oke. Ist mich zu so, wie gesagt, was ich kürze. Oder? Nein. Ich habe es gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020